Katastrophe. Besonders jetzt in der neuen Nullzinswelt von Herrn Draghi, wo man sich mit seinem Riestervertrag endgültig nur noch den Arsch abwischen kann. So, was ist die Antwort der GroKo auf diese Katastrophe? Eine, und ich zitiere, Lebensleistungsrente. Cool. Wer kriegt die denn? Wer 40 Beitragsjahre hat, private Vorsorge betreibt, dem wird die Rente immer auf 880 Euro aufgestockt. Wow. Das betrifft am Ende, das ist kein Spaß.